Herzlich Willkommen zurück zu Resident Evil 6, die Söldnern, ja mein Name ist Daniel EP und mit dabei ist, mein Name ist Don Micro, ja und wir spielen die Karte Einsatz auf den Dach, auch eine Karte die man sich kaufen muss glaube ich, ne, Pack B, ach ja, Pack B, okay, sind ja immer zwei Karten glaube ich oder so, okay, dann wollen wir mal. Mit Doppel Sherry Birkin, einmal Standard und einmal Schulmädchen, ja, ich bin das Schulmädchen, natürlich, ja immer noch besser als wenn sie als Schierlieder rumrennen würde, mit so, wie heißen die Dinger, Pong, 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 Ja, aber auch wenn die Dinger dann vielleicht schlagen muss, ach ja, die Karte, ja stimmt, da war irgendwas kommt hier nämlich noch, was nicht so erfreulich ist, da sind wir immer hier hoch hier ran, ne, zum Hubschrauber, stimmt, stimmt. Äh, ich hab die Harte, äh, Neugierst mit, äh, Stuntman Cressy gespielt. Ich hab mir gesagt, hier gibt's ne Glitch mit den, äh, zweiten Kettensägen, die hier kommen. Ach, Kettensägen, ja, das war das Schlimme. Äh, ich muss die gar nicht dran denken. Die waren... Nicht so prickelnd. Ich hab ja eben die Zeit hiermit. Äh... So, das hast du davon. Und du? Zack. So, war hier keine Zeit mehr nischt? Hm, anscheinlich. Aber ich hab ein grünes Kraut gefunden. So. Die gab's hier auch wieder. Verbind's ja. Stockattacke. Die sind leider nicht umgänglich. So, Zeit noch mal. So, hier hast du den Rügel. Du, auch gleich noch. Ah, da kommt, ah, Feuerwehrmänner. Die kennen wir ja schon. So schnell. Nicht. Und so fast. Hast du davon. Grabsch dem hier rein. Ist verboten. Wie sagt man so schön? Gucken ja, aber nicht anfassen. Hehe. Oh, das ist da wieder einer. Was ich gar nicht mag. Für irgendwas haben wir uns da auch das Fass aufgehoben hier in der Mitte. Boah, kann der mal langsam laufen? Oh, da hat Ketten sehen. Weg, weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Fährt er aus. Hunde. Hunde. Okay. Machen wir hier die Hunde weg oder so. Der Typ hat den L-Z-Springen lassen, ja. Das ist aber nett von der Kettensäge. Oh, Woppa. Boah, ist ja auch noch ein dicker. Na, warte. Auf den Ballstück. So, warte mal. Wie mache ich das jetzt? Wo ist der? Ah, da. Oh, da. Oh, sie ist so fass. Das war schön warm, ne? Jo, besser als jede Heizung. Ja. Geht noch. Oh. 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 Oh, Kletchis. Scheiße, soja, macht einfach nicht so, dummer Schirm, boah. Ja, schön, aber du sollst nicht das machen. Oh, geh weg hier. Genau. Ja, auch vier Stück. Ja, auch vier Stück. Ja, auch vier Stück. Ja, auch vier Stück. Okay. Oh, Stockattacke. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Auf die andere Seite, sofort. Auf die andere Seite? Sofort, ja. Ja, mach ich doch. Scheiße, die haben doch hierher. Mist. Ich war zu spät hier. Da sind gleich zwei. Normalerweise, wenn man hier schon drüben ist, dann kommen die nicht hierüber. So, der dürfte hin sein. Muss ich sagen. Baba kommt nochmal. Aua. Bisschen. Okay. Oh, here's a digger. Und Hunde. Scheiße. Ich habe zwei Dicke hier. Drei Mal sogar. Und die blöden Hunde dazwischen. ja tot oh oh das ist auch so was noch ein Digger wo ist noch ein Digger ich hab mir gedacht, da wäre noch einer gewesen, da ist jetzt wer da ja ja gut okay okay ja gerade so nochmal gut gegangen ja 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 die Dicken waren eigentlich jetzt nicht so das Problem an der Stelle, ne? die Hunde so viele Hunde ja 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 wenn du Schnellschuss gemacht hast, hat die auf den Dicken geschossen als der Hunde ja ja gut das war eins ist auf dem Dach okay, dann sagen wir tschüss bis zum nächsten Mal jo ich sag tschüss und danke fürs Zusehen bis dann ja ja ja